Das ist der vierte Herzog aus Ida-Oberstein. Und das ist ein Teil seines Unternehmens. Der Herzog heißt mit Vornamen Heiko und ist selbstständiger Maler und Lackierermeister. Über seine prominenten Kunden braucht man gar nicht viel zu reden, sondern eher genau hinsehen. Denn diesen Kühlergrill kennt jeder. Er ziert später Fahrzeuge mit dem Stern auf der Haube und wurde hier lackiert und montiert. Heiko Herzog führt ein über 100 Jahre altes Familienunternehmen. Nachzulesen in der 150. Ausgabe von Handwerk Spezial.